Ich habe versprochen, natürlich für alle Ladies und auch alle Typen, die irgendwie eine Braut haben oder eine Puppe, mit der sie sich ab und zu mal treffen, ja. Diese Woche ist angesagt, Pussy streicheln, Pussys verwöhnen, ja. Und zwar ist diesen Sonntag internationaler Katzentag, ja. Also ran an die Pussys, alter, tut die mal, wer tutet, ja, schöne Sache. Das war ein Vortrag, weil wir haben danach, ist uns erst eingefallen, weil ich verpeilt habe, aber wir machen es vor Teil 2, deswegen ist der Nachtrag Vortrag, halt ein Vortrag gehalten. Jetzt kommt Teil 2, verwirrt. Herzlich willkommen zu Teil 2 von Bommel-Rückwink, wa. MC8, Made in Compton, vom Album Which Way Is West, ja. Schöne Ding, hat Temo auch gefunden, ich habe diese Woche nicht so viel Zeit auf Internet kicken gehabt. Richtig geile Ding, ja. Findet ihr bei mir natürlich auch unter Mocha, alter. MC8, Old School, Jahrgang 1967, 43, alter. Immer noch Gangster, der Typ, richtig geil, ja. Pssalat. So, ähm, wollen wir jetzt mal zu den Videos kommen, äh, die ihr mir geschickt habt. Ich glaube, Klingo, dafür brauchen wir diesmal Kamera annehmen, damit man kicken kann. Dass die ein bisschen näher rankommen hier. Ja. Okay, wir fangen mal an. Richtig geil, ich hatte ja in letzter Zeit, ähm, öfter mal gehabt, so Leute, die so ein bisschen Michael Jackson-Dinger-Songs verarscht haben und so, ja. Hier jetzt ein Typ, alter, der macht Moonwalk im Supermarkt. Richtig böse aus, alter. Müsst ihr mal kicken, er kommt von rechts. Richtig geil, ja. Vielen Dank für das Video. Moonwalk im Supermarkt, auch eine gute Sache, die man machen kann, ja. Äh, hier, ganz geil, eine Verarschung. Da hat der Typ seinen Computer richtig laut gedreht und, ähm, jetzt setzt sich ein anderer Typ an den Computer und dann, äh, werdet ihr sehen, was passiert, alter. Pass auf, ja, ja, er weiß von nix. Schleiß die Augen hier weg, alter. Schöne Dinge, alter, ja. Ah, jetzt hab ich doch, ich hab den doch hier drin, äh, Clemo, alter, den du mir auch geschickt hast, pass auf. Hammer Teil, ja, und zwar, äh, ziemlich, äh, ziemlich, äh, ziemlich, äh, unappetitlich in der Dusche, ja, pass auf. Ja, der hat den Niesen mit Land, alter, ja. Auch, auch selten gesehen in dieser Perfektion, ja. Vielen Dank dafür. Ähm, nächste Ding, wenn jemand von euch mal in Kenia war oder so, ja, da gibt's kleine Affen, Meerkatzen heißen die, die stehen, da sieht man auch, dass der Mensch vom Affen abstammt, ja, und zwar, die klauen sich immer Drinks von den Menschen. Hier ist Profi-Affen-Bande, ja, mal ein paar, paar Shots davon, überkrass. Geh mal los hier, alter, zappet den. Jetzt wird erst mal gekickt, wo die Drinks sind, ah, das ist der erste Drink, ohne umkippen. So? Just as we vary in our taste for alcohol, so do the monkeys. Den holt er sich erst mal, ja? Some do anything for an alcoholic cocktail. Hammer, ja, also, da gibt's jetzt schon Affen, die Alkis sind, ja. Richtig geil, vielen Dank für das Video, ja. Jetzt, Hammer, beste Video, äh, war bei mir an der Pinnwand in Facebook, Clemo, ja. Vielen Dank, ja, ich hab ja, wenn ihr gebt, facebook.de slash paida, kommt ihr auf meinen, äh, Facebook-Account, ja. Ich glaube, 500 Freunde darf ich noch nehmen, denn ist voll. Hat mir jemand gepostet, und zwar ein Typ, er hat richtig auf Mucke ab, ja. Er ist LKW-Fahrer, ich weiß nicht, in welchem Land, die Musik hört sich an, nicht, wie hier, ja. Aber guckt euch mal an, wie der Typ ab geht, angesteuert. Ich möchte ihm nicht entgegenfahren, pass auf. Und das ist noch gar nichts. Hammer, ja. Vielen Dank für das Video, ja. Hammer, ist mein Favorit diese Woche, ja, von den größten Videos. Das Video findet ihr auch bei mir unter Funny, ja. Ähm, so, jetzt haben wir noch ein Ding, äh, auch ein schönes Ding, ja. Und zwar, erkläre ich euch kurz die Vorgeschichte, ähm, Jeden Typen haben hier ihre Kamera, ja, chillen hier ab. Und die haben in, ähm, der Typ, der hier in der Mitte von der Couch sitzt, äh, hat nicht, kam erst später dazu. Und die haben unter seiner Couch unten ein Airbag, äh, ein altes Airbag runtergelegt. Und haben mit Fernsteuerung können sie Airbags sprengen. Müsst euch mal reinziehen. Schöne Ding. Das hat richtig geknallt an der Kämmer, Alter, kannst du sicher sein. Clemo zieht noch schön durch, hier beim Film, fantastische Sache, ja. So, wir sind schon wieder durch. Das war Peinomans-Wochenrückfick für diese Woche. Ich hoffe, wir haben die Woche schön zurückgefickt. Äh, nächste Woche ist mein, unser Kameramann, hoffentlich aus Urlaub zurück, ja. Der muss richtig Moin mitbringen, Alter. Sonst ist Strafe, er war so lange weg gewesen, ja. Vielleicht hat er noch ein paar Frauen mitgebracht aus Kroatien oder was. Die sind ja auch alle schön braun gebrannt da, fantastische Sache. Wäre nicht schlecht für Clemo und mir, war Clemo? Auf jeden, ja. Äh, nächsten Freitag wieder 18 Uhr. Und nicht vergessen, jetzt kommt der Ausschnitt von dem Hammer- und Zirkel-Interview. Hammer, Zirkel und, und war auch dabei. Und Liquid Walker war auch dabei. Kurzer Ausschnitt. Das ganze Interview seht ihr so Montag oder Dienstag hier auf peinomann.de. Tschö, Sikowski. Bis nächste Woche. Lasst euch hier viel essen. So, fresse jetzt was. Stabilität. Ganz kurz. Stabilität? Was ist Stabilität? Äh, ich muss noch jetzt kurz, äh, Akku, Ding, Sprecherkarte. Ich dachte, du musst den neuen abdrücken. Du hast dich angebracht. Ich hab mich auch nicht gemacht. Nee, du hast mir ausgegeben. Ich schwör's dir, Alter. Nein. Ich schwör's dir, Alter. Ey, könnt ihr mir jetzt nochmal sagen, was ihr hier macht so? Weil, was, muss ich auch... Wir haben ja keinen Plan gemacht. Wir wissen ja nicht, was wir machen. Wir sitzen hier einfach schon mal. Das ist doch schon mal. Und er hat eine Kamera. Ich bin da mittendrin, mach an. Herzlich willkommen beim Hammer- und Zirkelinterview. Problem ist leider... Mein Name... Mein Name... Also, erste Frage ist mein Name. Warum heiß ich Peilermann? Weil ich richtig Peile. Aber auch... Ihr habt jetzt gesehen das Interview. Eigentlich sind alle Fragen beantwortet. Wir sind jetzt am Ende der Session. Da haben wir einen Zirkelwahn bei mir zu Besuch. Wir haben über Dr. Dre Sachen erfahren. Wir haben Sachen erfahren über Hormone im Schweinefleisch. Wir haben Sachen erfahren, Hintergründe von Politik. Und so weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hab vergessen, verpeilt, Kamera anzumachen. Ich hab Clem und Kamera eben hier filmen weiter. Aber ich hab ja nicht angefangen zu filmen. Deswegen konnte ich nicht weiter filmen. Aber halbe Stunde. Halbe Stunde. Wir fangen jetzt nochmal an.